Mein Lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen hier in den Husten, was wir gebrauchen können. Diese Werkzeugkiste enthält alles, was der moderne Würfelbildhauer so braucht. Bis vor kurzem lag sogar noch ein Schraubenzieher oben drauf. Ah, da fällt mir was ein, genau. Tut mir leid, Larry, aber du... Ah, okay. Du meinst in Leisure Suit Larry... Ja, okay. Und dann... So, dann gehen wir wieder runter, Larry, genau. Mir fallen erst noch ein paar Dinge ein. Pass mal auf, Map. Wir gehen erst mal hier zur Kapitänskahütte. Ich will mal ganz kurz gucken, ob da schon irgendwas führungstechnisch sich geändert hat. Okay, wir sind gar nicht schlecht dabei. Bill ist ziemlich weit vorne. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht der Letzte, ne? Die Letzten sind hier Marc und L. Ach, L ist ja disqualifiziert worden. Das haben wir ja beim letzten Mal gehört. Was ist das? Der ist weg, der ist weg. Okay. Mhm. Captain Feist Tafel zeigt in grafischer Form die relativen Fortschritte der Spitzenreiter in ihrem Liebhaberpreis. Du liegst nicht besonders gut. Was gibt da auch die Schwest schlechter liegen als wir, ne? Hier die ganze Reihe. Und das ist... Gut, Jennifer ist ganz weit vorne mit Bill, ne? Das ist auf jeden Fall so. Was ist mal auf, jetzt gehen wir hier noch mal rein. Da war mir nicht so angefangen. Ich glaube, ich glaube, pass mal auf. Hier benutzen eins. Was soll denn die eins noch? Die eins funktioniert auch nicht mehr richtig. Ach doch, die eins war die Meeresbrise. Riecht ein bisschen künstlich, aber auf jeden Fall nach Meeresbrise. Was echt am besten riecht, ist dieses Kokoszeug von Drew Barrymore. So, pass mal auf. Ne, Moment, das war falsch. Benutze. Hier, nehmen wir den Schraubens hier. Mal gucken, ob das... Ich meine, da wäre was gewesen. Wir gucken mal. Gute Idee. Mal sehen, was da drin ist. Okay. Okay. LS-Anlage, Sicherung. Sieht so aus, als hättest du die Sicherung für die Durchsage-Lautsprecher-Anlage gefunden. Okay, was mache ich da als Mitte? Bin ich ehrlich? Das weiß ich überhaupt nicht. Öh. Elektrische Abzweigdose. Komische Verbindung von Schaltkreisen. Was? Ja, ja. Komische. Aber was können wir da mitmachen? Ja, bin ich ehrlich, da weiß ich echt nicht mehr, was ich da so mitmachen soll. Topf-Illustrier-Seite. Keine erotischen Abenteuer. Segelmotorsicherung. Aha. Das muss die Sicherung für die Motoren sein, die die Segel ein- und ausrollen. Okay. Da fällt mir noch was auf. Genau, wir haben, ähm... Moment, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Äh... Wo war der Liebesmeister? Ich glaube, der... Der Knopf beim Liebesmeister, der fährt, glaube ich, echt ohne Scheiß... Okay. Der fährt, glaube ich, wirklich wie... Ich weiß nicht, ob ich den nochmal gedrückt hatte. Bist du sicher? Ja. Okay. Ah, okay. So, pass mal auf. Wir sind mal mit. Wupp die. Komm. Okay. Ne, ich dachte, der wird jetzt hochfahren. Wir müssen irgendwie... Eine Nachricht für Herrn Schmid. Herr Thomas... Ach, egal. Was können wir denn... Wir müssen jetzt irgendwie benutzen. Was kann ich denn da wo benutzen? Den Schraubenzieher nochmal. Benutzen. Schraubenzieher. Das ist das Einzige, was wir an Werkzeugen dabei haben. Du könntest theoretisch einen metallischen Schraubendreher in einen Kasten mit Hochspannungskabeln stecken. Aber das wäre dann praktisch auch das Letzte, was du irgendwo hinsteckst. Okay. Wow. Das ergibt Sinn. Moment, hier, Abzweig. Wir haben ja noch... Moment. Wir haben ja noch dieses Überbrückungskabel, ne? Da ist irgendwas Draht. Was wohl passiert, wenn ich diese beiden Kreise hier kurz schließe? Sollte doch wohl keine Probleme bereiten, wie? Aber was bringt das jetzt? Ist jetzt vielleicht das Segel oben? Ne. Aber ich meine... Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Wobei ich auch nicht weiß, was ich mit dem Hund machen soll. Äh, streicheln, benutzen. Tranchieren, was ich wieder nicht abstechen. Mein Gott. Ähm, Salz, Topf, Schiffskarte. Die Kumquatsch. Wenn du nur ein Rezept hättest... Da fällt mir noch was ein. Äh, Rezept... Moment. Äh, äh... Haben wir das schon gelesen, Freund? Ich weiß es gar nicht genau. Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Bibeleskäs. Die Zutaten sind Bibermilch. Natürlich ist die Milch des seltenen venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen. Eine Prise Salz, Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann. Und einen Hauch von Schimmel. Passt besonders gut zu... Ich weiß. Zu Kumquatsch... Äh, Geo... Geokab, das haben wir schon gemacht. So, pass mal auf, was ich mit dem Köder machen soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Äh, andere, äh, schieben. Klar doch. Schub's dich selbst. Die Vorderseite dieses Kastens ist in zwei Hälften unterteilt. Mit der Aufschrift LS-Anlage und Segel. Okay. Ja, aber wie können wir den Köder besänftigen? Da bin ich ehrlich, das weiß ich überhaupt nicht. Ja? Ist aber auch egal. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz, ähm, hm, 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 hm. Ah, ja, genau. Das, das, genau. Richtig. Nochmal in die Bibliothek. Denn es ist so, wir haben das noch gar nicht probiert. Hallo, Victoria, Baby. Hallo, Vicky. Ja, bitte. Ja. Ach, Sie sind es schon wieder. Ja, ja, das, wie hab ich das schon gemacht? Das kann auch ein bisschen höflicher kommen. Wir haben jetzt... Mit Ihren wohlgeformten Rundungen, die Sie unter Ihrer konservativen Kleidung... Das ist Doppelklickfinger. Na, tut mir leid. Pass mal auf. Wir benutzen, äh, die TLP-Punkte-Karte. Aha. Nicht so erfolgreich, was? Hm, im Moment nicht. Aber wir arbeiten dran. So, pass mal auf. Andere, äh... Dallas? Einen Augenblick. Ich schlage das kurz nach. Ah. Ah. Okay, wir brauchen, glaube ich, Kleber, ne? Man weiß nie, wann etwas klebriger sein sollte. Okay. Okay. Okay, da fällt mir aber noch was ein. Moment. Tut mir leid. Alles, was wir zu diesem Thema haben, ist bereits weg. Das ist tragisch. Aber wir probieren es mal damit. Äh, dein Mann hieß seinerseits Bobby, ne? Bobby. Einen Augenblick. Ja, ja, ja. Ich schlage das kurz nach. Das wäre ganz, ganz exklusiv. So, pass mal auf. Wir können jetzt hier mal ganz kurz, äh, nehmen. Vielleicht kann ich das hier rausschmuggeln, während sie nicht herschaut. Ja. Gratuliere. Mhm. Und was jetzt? Jetzt machen wir mal ganz kurz Inventar. So, pass mal auf. Hier ist auf jeden Fall jetzt das ganz erotische Ding. Und... Nein. Das Buch ist leider ausgeliehen. Hm, das ist schrecklich. Dann gehen wir jetzt mal. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Viktorian. Ja, wirklich. Dann schau ich später nochmal vorbei. Machen wir. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Bezeihung, Herr Laffer. Aber das Buch ist bereits ausgeliehen. An mich. Oh. Woher habe ich denn das? Von meinem Schreibtisch. Oh. Ach so. Hier, bitte. Äh, das tut mir leid. Danke. Tschüss, dann. Ja, ja, das müssen wir dann gleich nochmal machen. Können wir das denn hier, das ist der Fokker. Können wir den denn nehmen? Vielleicht sollte ich mir davon erst was... Anton hat keiner. Okay. Okay, 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 okay. Gut, dann müssen wir es jetzt tatsächlich so irgendwie hinkriegen. Was, mal auf, Baby. Guten Tag, wir sind es nochmal. Ja, ja. Hallo, Vicky. Vicky, Baby. Ja, 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 ja. Ach, Sie sind es schon wieder. Ich weiß, ich bin es, aber ich kann es nicht ändern. Wir müssen jetzt mal, sagen wir mal ein bisschen höflich hier. Wir sind hier immerhin Kunden. Einen Augenblick. Ja, ja, ja. Ich schlage das kurz nach. Pass mal auf, kann ich das denn jetzt hier direkt mit, ich weiß, ich muss es benutzen, mit erotischen Abenteuer? Nein. Darüber kann ich nichts im Computer finden. Okay. Ach du meine Güte. So was lese ich nie. Das ist ja schockierend. Ja, ja. Ich bin zumindest empört. Empört. Okay, dann haben wir das denn wieder, das, das, Moment, jetzt mal ganz kurz schauen, äh, äh, so. Habe ich erwähnt, dass ich Larry heiße? Möchten Sie jetzt mit mir schlafen? Sie sind ja einfach widerlich. Ja, das, das wollte ich immer. Bei mir können Sie nicht landen. Doch, doch, doch. Sie erbärmlicher Verlierer. Mhm, naja, aber, 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 äh, aber. Einen Augenblick. Ja, ja. Ich schlage das kurz nach. Super, können wir den Füller nehmen, der das einsetzt? Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Können wir nicht passen. Wir nehmen das nochmal. Moment, hier nehmen. Vielleicht hatte ich. Ich sag, pass mal auf, jetzt hier, Map. Nein, ich wollte nicht Map, ich wollte, äh, d-d-d-d-d-d-d. Moment, wo sind wir? Wir sind hier, wir sind hier, ne? Unser Netz enthält nichts zu diesem Tick. Tut mir leid, ich hab's versaut. Oh, von meinem Schreibtisch. Ach so. Hier, bitte. Danke. Das tut mir leid, ich hab mich verklickert, das kommt vor. In meinem Alter ist das nichts Ungewöhnliches. Achtung bitte, eine Durchsage. Es gibt an Bord dieses Schiffes keine, ich wiederhole keine... Hallo, Vicky! Keine Urinale aus Messing. Ach, Sie sind es schon wieder. Der Spieler des Baritons-Saxophons findet das gar nicht komisch. Ende der Durchsage. Saxophon, sagst du, hm, da hat ihm wohl einer in das Ding gepinkelt, ne? Einen Augenblick, ich schlage dich. Ja, 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 pass mal auf, du bist jetzt, jetzt muss es aber funktionieren. Gratuliere. So, okay, so, okay, hallo, äh, Inventory, so, jetzt pass mal auf, hier, äh, Umschlag entfernen, so, und dann nehmen wir den Umschlag, benutzen mit, wo ist das, das, das ganz langweilige Dingeln, äh, Trongiermesser. Da, Brüder und Umschlag, genau. Dieses Buch ist ohne Umschlag, anstößig, na? Komm, ah, fack. Darüber scheinen wir keine Literatur zu haben. Okay, okay, pass mal auf, dann gucken wir jetzt hier nochmal hier nach, äh, oha. Einen Augenblick, ich schlage das kurz nach. Wir haben also Zeit, das ist schon mal eine coole Sache, sowas mal, das ist hier Brüder und Fromm, den benutzen wir jetzt mal, also den erotischen Herkules mal mit, äh, mit Umschlag, äh, Buchumschlag. Okay, das gibt eine ganze Menge Punkte, liebe Leute, wie ihr seht. So, und dann, machen wir hier mal wieder zu. Nein, das Buch ist leider ausgeliehen. Okay, dann gehen wir jetzt mal, wir gehen mal, tschüss. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Viktorian, vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Gut, auf Wiedersehen, Verzeihung, Halafo, aber das Buch ist bereits ausgeliehen. Okay. An mich. Oh, woher habe ich denn das? Von meinem Schreibtisch. Ja, ja. Ach so, hier, bitte. Danke. Tschüss, Dan. So, wir gucken mal ganz kurz, wie es ja jetzt geht, weil sie hätte wahrscheinlich ein bisschen was gelesen und... Hallo, Vicky. Ja, bitte. Ach, Sie sind es schon wieder. Okay, dann... Wir fragen Sie nochmal nach Ihrem Buch. Mhm. Außer, wie kann ich ausladen? Was ist damit? Mhm. Du kannst es kaum abwarten, dass sie dein besonderes Buch liest. Okay, dann... Vielleicht wartet sie nur darauf, dass du gehst. Okay, dann gehen wir mal. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Viktorian. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Wir schauen uns später. Gut. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. Wiedersehen. So. Mhm. Pursor, pass mal auf. Peter, der Pursor... Mhm. Ähm. Exquiz, genau. Exquisite, genau. Ich suche nach diesem Kabinenburschen. X-Schleff oder so ähnlich. Oh, sicher. Ich werde ihm eine Nachricht hinterlassen. Und die wird er nie bekommen. Okay, das... Ja, warte mich jetzt, dass... Bowlingkugeln dürfen nicht aus dem Bereich der Bowlingbahn entfernt werden. Ja, das ist schon klar. So muss man aufräumen. Ja, das machen wir jetzt mal hier. Können wir denn eigentlich... Können wir mal ganz kurz gucken. Den Schlauch. Das ist nur der Tank. An den Schlauch komme ich gar nicht mehr dran, ne? Toilette, nee, komme ich gar nicht mehr dran. Die können wir auch nicht benutzen. Da ist ein Dildo! Yeah, baby! Yeah! Yeah! Okay, also das ist... Die tauchen immer an den ungewöhnlichsten Stellen auf. Aber den habe ich so einen Augenwinkel noch entdeckt. So, pass mal auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie es so ein bisschen weitergeht. Weil jetzt werden so langsam meine Erinnerungen ein wenig dünner. Ja, da ist die Lounge, da können wir auch nochmal gucken. Den Barmann. Aber was sollten wir denn Barmann noch? Da ist, glaube ich, auch irgendwie nichts, was wir wirklich brauchen. Aktuell zumindest, nicht? Im Restaurant waren wir eigentlich. Aber wir müssen eigentlich mit diesem Exquisites, da müssen wir irgendwas machen, ne? Pupstack? Okay, da waren die... Das war hier, das war da. Das ist unsere Kabine. Das ist hinterer. Hier kommen wir auch nicht hin. Das ist der Ballsaal. Genau, wir müssen bei Drew dafür sorgen, dass sie Kleidung bekommt. Atrium. Liebesmeister. Ja, aktuell bin ich so ein bisschen... Wir können jetzt mal zu, 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 äh, guten Victorians. Achtung bitte, eine Durchsage. Die für alle Passagiere vorgeschriebene Übung an den Rettungsbooten wird... Ach, vergessen Sie es. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, dann hat sich die Musik doch leicht verändert von ursprünglich wunderschönen Spinat-Klängen. Zuerst darum, sie heißen Blues. Baby, was ist los? Hat ihr das Buch etwa das Hirn verdreht? Entschuldigen Sie, Miss. Waren Sie nicht die Schiffsbibliothekarin? Die bin ich noch. So. Haben Sie da ein Buch in der Tasche? Oder freuen Sie sich bloß, mich zu sehen? Wir freuen uns unbedingt. Wir, 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 wir freuen uns. Und jetzt nicht als erstes? Yeah, Baby! Yeah, Baby! Yeah! Yeah, Baby, wir haben 28 und Baby, du bist aber, was du gesagt hast. Miss Victorian Principles. Jetzt ist hier auch Wiki. Jetzt ist sie, das ist, übrigens, das ist von Larry 6, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, im Amiga. Das war, das war noch, ich habe es auf dem Atari und das, ach wunderbar. Gibt's das? Sie spielt Leisure Suit Larry 6? Oha, und was, was, was sehe ich denn hier alles? Das ist auf jeden Fall jetzt zu viel für meine Nerven, meine lieben Leute. Das werden wir uns in der nächsten Folge geben und Victorian Principles. Also, Drew Barrymore würde sagen, würdest du mir bitte in die Augen schauen, Larry. Ich sag vielen Dank für die Zuschauer und verbleiblich gehabt in diesem Sinne. Ab mir und hier geht's richtig zur Sache, meine Leute, das verspreche ich euch. Ciao, ciao, ja. Spielkind für mein Freund. Spielkind für mein Freund.